So Leute, Grüße aus der rosa Hölle. Ich bin krank, ich habe schon wieder Erkältung. Es ist schon das dritte Mal dieses Jahr, alle drei Wochen bin ich erkältet. Und letztes Jahr war ich nicht einmal erkältet. Das ist so krass. Seit ich die Reha in Halle mache und da unter Menschen bin, wie in so einer Schule halt, und ganz viele Menschen sind, dazu meine Freundin noch, die beim Kindergarten Kindergrippe arbeitet, die bringt da wahrscheinlich auch immer was mit, bin ich ständig erkältet. Ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll, wenn ich da andauernd fehle, dann alles aufarbeite in ein, zwei Wochen, wieder hinterhergekommen bin und dann wieder fehle. Das geht mir übelst auf den Sack. Naja, ich ruhe mich jetzt aus und sobald ich wieder ein bisschen fitter bin, handen wir wieder mal Naffi auf Twitch, aber erstmal tot, Leute, erstmal tot. Ich hoffe, danach ist erstmal Ruhe für das Jahr.